. Christoph Pritschki, 5-4 nach Verlängerung gewonnen. Du bist nach 15 Minuten ins Spiel gekommen. Wie hast du dich schon zurecht gefunden im Spiel? Ja, eigentlich relativ gut. Mit dem Verteidigerkollegen Manuel Graf ist es recht einfach, in das Spiel zu kommen. Wie haben wir mit ihm gespielt? Spass gemacht. Und was sagst du zum Resultat? Knapp bis 8 Minuten. Es wäre sicher mehr drin gelegen. Wir hätten es eigentlich entscheiden müssen. Leider war es nicht so. Es kamen noch einmal hin und kamen unentschieden. Zum Glück in der Verlängerung gewonnen. Und wie bist du zufrieden mit deiner persönlichen Leistung? Doch, ganz recht. Es könnte besser sein, wie immer. Gut, danke vielmals und einen schönen Samstagabend. Danke. Danke. Danke.